Schon, ne? Sie sind beschäftigt beim Einkaufen. 3 Euro Eis gefahren. Der Eiscreme macht nur dick. Wer muss denn schon eine Eiscreme? Da lacht ich das schon nicht. Wir kommen jetzt voll Straßenbahn hier. Wirklich? Haben die das entschieden? Also das war so ein großer Streit? Ja, ja. Das ist schade, oder?